Eine Ausstellungseröffnung lockte am Mittwochabend einige Interessierte in Geras Innenstadt. In der Bürgergalerie im Steinweg sind ab nun 34 Fotografien zu sehen, die sich mit der Altstadt Geras beschäftigen. Es sind Ansichten von Gebäuden, die Jana Huster im Bild festgehalten hat. Der Fokus in den Arbeiten der Geraerin liegt dabei aber nicht auf den schönen Seiten im Zentrum der Dixstadt. Sie legt den Finger auf die Wunde, so auch der Titel ihrer Schau. Ich wollte auf die Schwachstellen in dieser Innenstadt aufmerksam machen, weil das einfach ein Problem ist, finde ich, dass Leute, denen ein Haus gehört, das nicht instand halten. Also nichts dran machen, das einfach verfallen lassen, dass da zig Plakate kleben und das hat mir nicht gefallen. Und da wollte ich mal aufmerksam drauf machen und sagen, ja, ihr könntet wenigstens einen Schuss halten, wenn ihr schon nicht sanieren könnt. Was ich ja verstehe. Ich verstehe, wenn jemand kein Geld hat, aber es muss nicht so aussehen. Damit es in Gera vorangeht und die Stadt lebenswerter wird, dafür setzt sich auch der Verein Ja für Gera ein. Zur Vernissage begrüßte so Volker Zauchert die 30 Gäste in der Bürgergalerie. Ähnlich wie in den Fotografien von Jana Huster legt auch sein Verein seit Anfang an den Finger auf die Wunden der Stadt. Und auch wenn sich viel getan hat in Gera, so ist es noch nicht an der Zeit, sich auf dem Geschaffenen auszuruhen. Es gehört auch dazu, dass man neben den schönen Seiten der Stadt immer wieder auch aufzeigt, wo wir noch was zu tun haben. Das heißt also nicht nur, dass das in Richtung Stadtverwaltung geht, dass das also in Richtung großer Investitionen geht, sondern manchmal sind es Dinge, wo man einfach nur als Bürger, dort wo man Verantwortung trägt, Hand anlegt, dass man mit einer Idee es auch gestaltet, dass sich welche zusammentun und sagen, so kann es eigentlich nicht weiter aussehen. Anpacken ist also die Devise und auch mit dem Besuch der Ausstellung in der Bürgergalerie kann man seinen Beitrag leisten. Für 25 Euro pro Stück können die dort ausgestellten Fotos erworben werden. Die Erlöse aus dem Verkauf werden dann für die Reparatur des Thilo Schoderbrunnens im Dahliengarten gespendet. Die Erlöse aus dem Verkauf werden dann für die Erlöse aus dem Verkauf werden.